Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Ich bin Anke Poppi und wir spielen Minecraft Day. So, ich habe mir in der Zwischenzeit in der Aufnahmepause, wir sind glaube ich heute bei Tag 18 meine ich, das heißt 18 Tage lang gibt es diese Minecraft Welt schon. In 18 Tagen haben ja alle diese ganzen Sachen hier gebaut. Da hinten die Jule, die Shiro, die Poppi, die MG, dann war da noch ein Gast zwischen gewesen, der ist mittlerweile aus dem Projekt ausgeschieden, weil er sich nicht mit uns zusammen arrangiert hat, das sage ich jetzt auch mal so bewusst. Also der ist halt ein Gemeinschaftsprojekt und hat eben sich nicht gemeldet, also hat sämtliche Scheiße in die Gruppe reingeschrieben, aber eben nicht, dass er krank ist, das wussten wir nicht. Hier ist Schnigge. Und deswegen haben wir dann eben nochmal mit ihm gesprochen und dann kamen halt wieder mal so patzige Antworten. Das ist halt leider Gottes so. Opening, die Folge mal bewusst so, um das eben halt einfach nochmal aufzuzeigen. Und da, also nicht ich als, ich bin ja nicht der Projektvater, das bin ich ja nicht. Ich kann halt nur meine Meinung dazu äußern. Und da wurde halt sich etwas lautstark dann auch in der Gruppe unterhalten, wo ich selber mich eigentlich komplett rausgehalten habe, muss ich dazu sagen. Aber ist halt so. Und ich hätte mir auch gewünscht, wenn einfach nur ein Satz gekommen wäre, ich bin krank, ich kann gerade nicht fertig, wären wir alle schlauer. Dann wüssten wir alle, was Tango war und Peng. Aber naja gut, egal. Thema durch. Der ist jedenfalls nicht mehr mit dabei. Das heißt, da hinten ist eine Insel irgendwo besetzt, da vorne. Da können wir auch nicht dran. Die ist halt geclaimt und die bleibt auch geclaimt. Fertig. Ganz einfache Kiste. So, ich habe in der Zwischenzeit mal vorbereitet. Ohne Ende. Habe hier nachts die ganzen Mobs gekloppt, weil ich brauchte unbedingt Köpfe und ich brauchte auch unbedingt einen ganz besonderen Kopf. Und deswegen habe ich wie blöd nach einem Enderman-Kopf gesucht. Da habe ich endlich einen. Ich habe insgesamt, ich glaube, eine Stunde oder so. Oder zwei tatsächlich. Also irgendwie sowas dazwischen. Irgendwas zwischen ein und zwei Stunden. Habe ich hier nachts abgewartet und habe hier Endermänner geklopft. Ich habe mir extra neues Enderschwert gemacht. Habe das Ding ja quasi hochgesetzt auf Empowered 4. Ich habe das Ding auf Sharpness 5, auf Looting 3 gesetzt. Und ich habe gekloppt. 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 Und wenn ich nicht gestorben wäre, hätte ich immer noch gekloppt tatsächlich. Und dann kam irgendwann Julia auf den Server und sagte, ja, du schaffst das jetzt ganz bestimmt. Und siehe da, mit einmal habe ich ein Ender-Head gekriegt. Ein Enderman-Kopf gekriegt. Den brauche ich nämlich auch. Wir wollen nämlich heute ein Maschinchen bauen. Ich brauche nämlich doch noch ein paar mehr Enderköpfe. Und wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt Endermänner klopfen ohne Ende, habe ich gedacht, nee, machst du nicht. Das ist wirklich zu extrem, weil wenn ich wirklich zwei Stunden für einen Kopf brauche, oder ich sage mal so anderthalb Stunden für einen Kopf brauche, sorry, kann ich mir nicht leisten. Dauert mir einfach zu lange. Deswegen habe ich auch so viele Ender-Pearls, weil wenn ich jetzt hier hingehe und mir tatsächlich diese Dinger hier einmal am Tag, wie gesagt, einmal am Tag, kann ich vier Ender-Perlen ernten. Zur Zeit noch, weil es ja noch auf normaler Erde ist. Ich müsste echt so langsam mal ins End gehen, das ist Ender-Portal. Ich müsste echt mal ins End gehen und wirklich mal den Drachen töten, dass ich mir Ender-Lilies holen kann und Endsteinen. Dann wächst das Ganze auch schneller. Also das heißt, ich habe jetzt fast ein Stack Ender-Perlen und könnte jetzt theoretisch gesehen ohne weiteres dahin gehen. Aber egal, pass auf, wir brauchen ein Powered Spawner. Den würde ich mir jetzt gerne machen, den Powered Spawner. Dafür brauchen wir allerdings ein Kopf. Wir brauchen einen Z-Logic Controller und diesen Z-Logic Controller, das wäre auch nicht so die große Welt, das kriegen wir auch noch hin. Aber wir brauchen erstmal einen programmierten Enderman Spawner und diesen Spawner. Wo ist er? So, und irgendwo war hier ein Enderman Spawner. Irgendwo könnte man das machen. Chicken? Chica-Chicken. Warte mal, wenn wir jetzt hier eingeben Enderman, das ist doch viel einfacher, ne? Warte, ich gehe mal hier rein. So, Enderman. Da haben wir ihn doch schon. Broken Spawner Enderman. So, das können wir machen mit einem Soulbinder. Das heißt, ich habe mir jetzt ein Soulvial brauchen wir dafür, oder Soulvial. Das ist quasi ein spezielles Glas. Damit musst du ein Enderman rechtsklicken sozusagen. Dann fängst du den hier ein, dann hast du eben die Seele sozusagen. Die Enderman-Seele hier angefangen und die packst du in einen Broken Spawner und dabei ist es egal, was es für ein Broken Spawner ist. Und dann kannst du das mit Soulbinder und acht Erfahrungspunkten kannst du dann eben daraus einen Broken Spawner Enderman machen. Und den kannst du dann mit einem Autospawner zusammencraften. Und das habe ich heute vor. Dafür brauchen wir erstmal diesen Soulbinder. Und den Soulbinder, der besteht eben nichts weiter aus einem Enderman-Head, aus einem Creeper-Head, aus einem Zombie-Head, aus einem Skeleton-Skull. Warum der Skeleton-Skull heißt? Also wegen Totenkopf. Stimmt. Wegen dem Totenkopf. Alles klar. Und wir brauchen ein Soul-Machine-Chassis. Den machst du natürlich aus einem Simple-Machine-Chassis und einem Soul-Attitude-Dye. Das hatte ich alle schon gehabt. Das habe ich hier irgendwo da. Da habe ich den Soul-Machine-Chassis, den habe ich schon gebaut. Und hier habe ich auch den Soul-Vial-Enderman. Das heißt, ich nehme den in der Hand, würde ich den jetzt hier rechts klicken, auf dem Boden würde ich jetzt einen Enderman freilassen. Dafür ist das ganze Ding gedacht. Allerdings jetzt nicht in meinem Sinne, sondern ich brauche das Ding, um eben diesen Soul-Binder zusammen zu craften. Und jetzt siehst du, ich habe auch keinen Enderman-Kopf mehr. Dafür brauche ich diesen Enderkopf. Das ganze Ding braucht natürlich ein bisschen Strom. Aus Platz-Spargründen setze ich das Teil jetzt erstmal hier hin. Dann hat der Fast-Strom. Ich brauche sogar noch einen Capacitor. Haben wir noch einen Capacitor? Capacitor, Capacitor, Capacitor. Bevor ich mir jetzt einen selber baue, ich nehme erstmal den hier. Ich kann den später ja immer nochmal nachmachen. Aber dann haben wir zumindest hier Strom. voll in Ordnung. Passt. So, und jetzt können wir sagen, wir nehmen dieses Soul-Vial. So, wir nehmen das Enderman Soul-Vial. Wir nehmen irgendeinen Broken Spawner. Den Silberfisch. Silberfisch ist mir ehrlich gesagt völlig mumpe. So, dann setze ich den hier rein, setze den da rein. Und jetzt sagt er zu mir, hey, du brauchst noch acht Erfahrungspunkte. Und die habe ich natürlich immer im Obelisken drin. Da nehme ich mir mal so ein paar raus. Sage hier, jep, der ist nimmer. So, und dann fängt er jetzt an und dreht sich. Er hat wohl die geile Animation hier. Ohne Witz, guck dich das an. Der dreht sich. Und jetzt bleibt er erstmal stehen, weil er keinen Saft mehr hat wahrscheinlich. Jawohl. So, pass auf, dann müssen wir hier einmal ganz kurz. Jetzt. Ist der schon leer? Nee. Lol. Reicht der Dings nicht aus? Er dreht sich auf jeden Fall weiter. Irgendwas tut er. Krass, wieso hat denn der so wenig Saft? Always active. Null? In progress. 34%. Okay, macht nichts. Pass auf, dann soll er sich drehen in der Zwischenzeit. Dann gucken wir nochmal nach. Ah, ich habe einen Weg gebaut. Ich habe einen Weg gebaut. Ich habe eine Wassermelone getragen. So, wer kennt es? Wer kennt es? Wer kennt es? Einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Ich habe einen Weg gebaut und zwar aus Grey Concrete. Ich habe mir das mal so überlegt, wie man die Städte, die einzelnen Bauwerke miteinander verbinden könnte, so dass es auch einigermaßen schick aussieht. Wie man hier sieht, ich habe hier das mit Concrete gemacht und habe dann nebenher ein bisschen Cobblestone gesetzt. Hätte ich beinahe gesagt, Gravel gesetzt, also sprich, Kies sozusagen. Sieht halt einfach ganz cool aus. Ist auch ein schöner Übergang dann zum Rasen, zur Wiese. Hier möchte ich dann gerne noch ein Deep Dark Portal mit reinsetzen. Dann haben wir die Portale hier fast alle, bis auf das Endportal, alle hier lokal vor Ort. Fand ich persönlich gar nicht schlecht, die Idee. So können nämlich alle zusammen dann, ist auch relativ zentral gelegen, fällt mir dazu gerade auf. Die Idee hatte ich ja auch gehabt. Dann ist MG hier vorne, Schnigge. Und wenn die beiden sich dann auch noch einen Konkretweg hier hinbauen, dann, weil die können doch nicht fliegen. MG kann doch nicht richtig fliegen und Schnigge kann doch nicht richtig fliegen. Ich glaube, Jule kann auch noch nicht. Ich weiß es gar nicht. Müsst ihr mal schauen. Wie gesagt, sind alle unten im Video in der Beschreibung verlinkt, die Kollegen. Aber ich meine, die beiden konnten noch nicht so wirklich fliegen. Julia bin ich noch nicht sicher. Das weiß ich nicht. Und Shiro ist ja auch schon am Fliegen. Die hat das nämlich gefeiert. Die hat gesagt, wie geil ist das denn bitte? So und wie gesagt, ich habe mir halt Gedanken gemacht, wie man so am sinnlichsten die hier alle zusammenfügen kann, so dass man das dann auch als Stadt im Endeffekt ansieht. Und habe gesagt, pass auf, ich mache hier jetzt nicht aus Basalt. Das dauert ein bisschen länger, wenn du so gehst. Selbst wenn du schnell gehst, wenn du rennst, ist es trotzdem noch zu langsam. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme Konkret, habe mich jetzt für Grau entschieden, wegen Asphalt. Asphalt ist ja auch so ein bisschen gräulich, Anthrazitfarben. Und deswegen habe ich gesagt, das war so meine Grund. Ich hätte auch Grün und Weiß und Gelb und was, was Indie was nehmen können. Aber ich bin eben halt auf Grau, nicht auf Hellgrau, sondern auf Grau gekommen. Und habe gesagt, okay, ich lege mir das hier hin. Und wenn du jetzt hier drauf gehst, dann siehst du, ich renne nicht, ich gehe ganz normal. Hier, ich gehe, ganz normal gehe ich. Und dann siehst du, dass ich schon sprinte. Und wenn ich jetzt noch auf die Sprinten-Taste drücke, geht es noch schneller. Also das fand ich halt, hier, das ist normal und das ist jetzt hier über Konkret. Also ich finde es eigentlich nur geil, dass du mit Konkret relativ schnell von A nach B kommst. Und das, denke ich mir, ist auch interessant für die Leute, die eben halt noch nicht fliegen können, dass die halt einfach hier rüber schneller von A nach B kommen. Also das ist mein Hintergrund gewesen, mein Ziel gewesen, weswegen ich das so haben wollte. So, Keule, bist du fertig? Keule ist fertig. Das heißt, ich habe einen Liren-Solvail-Flasche und ich habe jetzt hier einen Broken Spawner Enderman. Sehr gut, ne? So, damit können wir nämlich jetzt einfach mal sagen, hör mal, wir schmeißen das hier rein und brauchen dann einen Spawner. Wo waren die gewesen? Ach ja. Ah, so ist es. Spawner. So, dann haben wir hier jetzt einen Power-Rid-Spawner. Power-Rid-Spawner Enderman, Chicken und so weiter und so fort. Damit kann man die also füttern. So, wir brauchen also einen Power-Rid-Spawner. Diesen Power-Rid-Spawner müssen wir jetzt erstmal machen mit einem Z-Logic-Controller. Das heißt, wir brauchen ein Silizium, wir brauchen ein Redstone, ein Zombie-Head und zweimal Solarium. So, das heißt, wir geben erstmal ein Head ein, ein Zombie-Kopf. Wir geben ein Silizium zweimal. Wir geben ein Redstone. Dann brauchen wir, da ist es einmal Redstone und wir brauchen ein Solarium. So, und das Ganze machen wir in dem Slice & Spice. Das ist der hier. Da knallen wir das alles rein und du brauchst wirklich nur Shift-Gedrückt halten und da setzt das automatisch eben an die Stelle, wo es hingehört. Es geht los und dann hast du hier einen Z-Logic-Controller. So, dann kann das hier nämlich schon mal rein. Dann brauchen wir weiter. Wo ist er denn? Ich habe hier gerade so ein bisschen das Fenster und hier scheint mir gerade echt die Sonne in die Schnauze. Spanner, Spanner, genau, Spanner. So, das war es gewesen. Wir brauchten, egal hier oben welchen Kopf, das ist völlig egal, aber noch ein Sol. Siehst du, dann können wir den ja nochmal einmal bauen. Der besteht hier aus den Iron Bars, aus Iron Ingots und einem Grains of Infinity. Dann brauchen wir nochmal einmal, oh, ich müsste langsam wieder was machen. Hammer, Soul Attitude Dye Blend. Das Ganze schmeißen wir rein hier in den Alois Melter. Dann wird das zusammengeschmolzen. Das geht jetzt automatisch ins MI-System. Und wir brauchen sonst nichts weiter. Das war es, glaube ich. Dann nehme ich jetzt einfach mal sowas. Nein, was fehlt denn hier noch? Vibrant Crystals. Okay, das heißt, neun. Habe ich keine Vibrant Crystals mehr? Alter. Nee, habe ich nicht. Vibrant Alloy Nuggets. Habe ich keinen mehr? Oh. Das heißt, wir brauchen eine Enderperle. Und wir brauchen Energetic Alloy. Habe ich noch Energetic? Ich habe keinen Energetic Alloy. Energetic. Das heißt, wir brauchen Iron. Dann machen wir mal ein Stack. Wir brauchen... Das könnte ich eigentlich auch programmieren. Habe ich sowas zufälligerweise hier schon drin? Nee, habe ich natürlich nicht, sonst würde es ja da stehen. Energetic Alloy. Dann hätte ich ja hier sonst schon so eine Diskette. Das könnte man ja echt mal programmieren. Das mache ich mal offscreen. So, wir brauchen Kohle. Also Kohle, Powder. Und wir brauchen... Was war das noch gewesen? Redstone? Ich meine Redstone. Warte, ich gucke noch mal ganz kurz nach. Energetic Alloy. Ach nee, Gold und Glowstone. Entschuldigung. Redstone, Gold und Glowstone. Ja, okay. So war das. Redstone, Gold. Und Glowstone. So, dann können wir das nämlich andermal kennen. Du, du und du. Und dann brutzeln wir mal eben durch. Dann würde ich daraus nämlich in der Tat schon mal zwischendurch zwei machen. Hier fahren sie aber auch, ne? Alter, Falter. Äh, Ener. Also, N der Perle. Äh, pass auf. Wir nehmen mal 16. So, Energetic Alloy. Ich warte mal drauf, dass wir 16 Stück haben. Und dann ist es, glaube ich, nicht ganz uncool. Wobei, 8 passt auch. Komm, die 8, die lacht. Komm mal her. Dann kannst du nämlich hier nebenbei das ganze Ding noch brauen. So, Broken Spawner haben wir hier schon. Das ist schon mal ganz cool. Hier fliegt doch noch ein Flugzeug lang. Was ist denn hier heute los? Hier ist ja mehr Verkehr als auf dem Friedhof. Ohne Witz. Ohne Witz. So, Spawner. Dann können wir nämlich da nochmal einen von bauen. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall was. Halt verklickt. Verklickt. So, so einen brauchen wir noch. So, jetzt haben wir endgültig zwei so eine Dinger. Und jetzt können wir sagen, ne, in Wither School will ich nicht. Ich hätte schon gerne, ich muss immer, ich warte mal, ich hätte es auch suchen können, aber ich bin ehrlich gesagt zu faul dazu. Ich nehme mal einen Zombiekopf, weil den kriegst du deutlich schneller. Ohne Witz. Zombiekopf. Du kriegst einen Zombiekopf, den kannst du kloppen, wie du willst. Den kriegst du hinterhergeschmissen. Aber so einen scheiß Enderman hat, ne? Alter, ohne Witz. Der ist doch zum... Ist so. So, wir brauchen einen Soulbinder. Nein, wir brauchen Powered Spawner Enderman. Combine with the Broken Spawner in an Anvil. So, pass auf. Dann haben wir hier irgendwo ein Anvil gehabt. Haben wir nicht. Ach, der ist kaputt gegangen, ne? Ach, stimmt. Mein Anvil ist kaputt gegetet. So, dann bauen wir nämlich hier wieder ein. Da hat er nämlich gestanden, weißt du? So, dann können wir den nämlich kombinieren. Es kostet 16 Lebenspunkte. So, Poppies Enderman, so nenne ich ihn jetzt einfach mal Powered Spawner. Zack. So, jetzt haben wir dieses Ding hier stehen. So sieht das ganze Teil aus. Und wenn wir jetzt Rechtsklick drauf machen, dann können wir sagen, hier oben über das... Also, wir brauchen natürlich auch wieder einen Capacitor. Dann können wir ihm sagen, hier oben Spawnen Enderman. Dann spawnen die Enderman hier ohne Ende. Wir können auch sagen, Capture. Das heißt, er macht automatisch, wenn wir jetzt hier diesen Soulbile reinsetzen, macht er automatisch, fängt er hier die Enderman rein. Und das war's. Das sind diese beiden Sachen, die wir machen können. Ich interessiere mich erstmal für Spawnenderman. Das ist erstmal so mein Ding. Müsste dazu dann jetzt aber eine Enderfalle, also eine Mobfalle bauen. Das werde ich dann offscreen soweit vorbereiten und mal sehen. Heute Abend habe ich vor, eine Runde zu streamen. Vielleicht machen wir es auch im Stream gemeinsam. Ich weiß es noch nicht. Wer jedenfalls Bock drauf hat, ab, ich sag mal so 2015, 20, 30, auf meinem Twitch-Kanal ist alles verlinkt, steht unten in der Videobeschreibung drin. Wer Bock drauf hat, ich würde mich freuen, den einen oder anderen von euch zu sehen. und dann können wir zusammen nämlich eventuell die Mobfalle bauen oder eben halt ins End gehen. Eins von beiden machen wir heute Abend auf jeden Fall. Oder ich baue hier die Häuser nochmal weiter. Ich lasse mich überraschen. Keine Ahnung, irgendwas machen wir. Wie gesagt, so ab 2015 ungefähr geht's los beziehungsweise könnt ihr euch schon mal eintrudeln, schon mal eintreffen. Ist eine angenehme Zeit und dann fangen wir irgendwie so 20 nach oder so fangen wir an. Würde ich mich freuen, wie gesagt, wenn der ein oder andere von euch oder die mit dabei ist. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Euren auch schönen Tag. Bis dahin. Tschüssi. 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 Bis zum nächsten Mal.